Guten Abend und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal, ja, eine andere Location und zwar wird es auch ein kleines Opening sein. Wir werden diese drei schönen Packs öffnen. Battles of Chaos und wir wollen nicht lange schnacken, wir kennen das doch. Gucken wir uns mal an, was sich hier verbirgt, ne? So, erstmal die Endstation. So wird auch das Opening enden wahrscheinlich. Freie Opalkopf. Crazy Karte auf jeden Fall. Schönes Artwork. Wiedergeboren. Sehr nostalgisch, wie auch gerade wie die Karte hier, ne? Die Endstation. Freie neue Welt. Interessant. Und nordisches Ungeheuer. Gullin Bursti. Okay. Schöner Name. Achthalsschlangenangriff. Unfrieden der Schwertseele. Zenboten der Zerstörung Venus. Süßer Geistertrick oder saures. Ja, eine Anspielung auf Süßes oder saures, ob wir es lieben. So, kommen wir zum zweiten. Ja. Das fängt doch schon mal ganz sweet an mit dem Puppenmonster. Bärbär. Ähm, Kaiser der verborgene Stern. Novro Arius, der Frühlingsdrache. Erneut der Feuerobeilkopf. Oh, schön. Ultimative Fusion. Blue Eye Support, immer schön zu sehen. Glänzendes Pikipiala. Dogmatica. Meine Fresse. Dogmatica Makabe. Okay. Puppenmonster. Fräulein Mädchen. Geistertrick Festival. Und das war's auch schon. Und kommen wir zum hoffentlich besteren Booster. Hoffentlich auch mindestens eine Ultra Rare. Ah, ich hab schon mich ein bisschen gespoilern lassen. Scheiße. Aber ich denke, das ist eine schöne Super Rare. Und zwar erstmal hier zu Novro Arius, der Frühlingsdrache. DDD Abwerbung. Mechanische Monstrosität. Datern. Und... Ach, schade doch nicht, die Kategorie, die ich gehalten habe. Vampir Fasziniererin. Krank des Lächelns. Glänzendes Pikipiala erneut. Größer Anteil. Und Simorg, der Vogel der Perfektion. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Und immer schön liken, Alter.